Ich habe gehört, dass es nächster Sonntag in Berlin nochmals eine Chlorona-Demo geben wird, wo 10 Millionen teilnehmenden Demonstranten erwartet werden. Und weil der Feind im Innern euch auch erwartet mit ihrer blauen Pharaon-Armee, die einigen von euch grundlos niederknöppeln werden. Darum möchte ich euch erklären, wo das Wort Bulle herkommt, was ich vor sieben Jahren schon in diesem englischen Film aus 2013 erklärt habe. Man wird eben nichts verstehen über den Feind im Innern, wenn man nicht etwa 6000 Jahre in die Geschichte zurückgehen kann. Der Feind im Innern nämlich ist der Pharaon-Adel. Und ihre weltweiten blauen Armee, was ich im Film »Das Schweizer Biest – Basislager des Teufels« auf dem Kanal hier »Die Mutter der Wahrheit« erkläre und sogar beweise. Nun ist es so, dass die Repräsentation der Verteidigung des Pharaonen-Staates der Apis ist. Und Apis bedeutet der Stier in der Pharaon-Sprache, also Bulle. Und achten Sie gut auf das Zeichen hier, dass hier ist die Hieroglyphe des Apis, worüber ich nachher noch berichte. Was man auf alle Uniformen, Polizeiuniformen, Armeeuniformen, das ist hier das Zeichen von Gefreiter, sogar in der Wehrmacht oder Feldwebel, als in die amerikanische deutsche Armee, alle Armeen der Welt. Sie kommen alle aus den Pharaonen. Darum die Bullen, um, wenn es nötig ist, die deutsche Sklaven den Schädel einzuschlagen, um die Bundesländer des Pharaos zu verteidigen, durch diesen Römer im blauen Uniform. Das Wort Bund übrigens, so wie in Bundesländer, Bundestag, Bruderbund in Südafrika und in der Schweiz größte Pharaonen-Basis der Welt, den Bundesplatz und die sieben Bundesräte. Der Bund ist ein Templerbund, die die Republik mit der ganzen Politik geschaffen haben. Die pharaonische Hieroglyphe des Stieres, Bulle, Apis, ist das gleiche wie der französischen Automarke Citroën. Da, hier sieht man es. Und der Stier war ja anfänglich Transportmittel und Traktor im alten Ägypten. Und darum als Teil der US Patriot Act nach der Lüge des 11. September wurde das amerikanische Apis-System der Totale Kontrolle entworfen, um so genannt das Pharaonreich Amerika durch den Pharaon-Bullen Apis und Abkürzung für Advanced Passenger Information System zu schützen. Also Apis ist einfach das Advanced Passenger Bullen-System. Und es gibt eine weltweite blaue Armee, weil die Pharaonen drei verschiedene Kronen hatten. Rot, Weiß und die blaue Kriegskrone. Ein neuer Krieg gegen das deutsche Volk durch diesen pharaonischen Bullen-Armee mit Namen Apis. Also kommt die Name Bulle für einen Staatsschützer und nicht einen Volksschützer, ein Staatsschützer. Die Name Bulle kommt nicht vom Volk, aber hat der Pharaonen-Adel es selber durch des Königs Medien verbreitet, wodurch das Sklavenvolk es einfach übernommen hat. Das Apis-Zeichen wird überall auf der Welt verwendet, in allen Armeen, so wie hier für den Rang des SS-Rottenführers. Aber auch die Amis und Engländer hatten das und haben es noch immer für Corporal oder Feldwebel, so wie hier. Und das kommt alles von den Tempelrittern, die hier in der Pyramide einen Eingang verschafft haben mit dem gleichen Schutzzeichen des Pharaon-Bullen. Es gibt keine Schlösser in Deutschland vor dem Jahr 1000, mit einer oder zwei kleinen Ausnahmen. Also, wo kommen die immer noch allermächtigen Burgherren dann plötzlich her? Während die deutschen Stämme in Hütten aus Erde, Stroh, Scheiße und ein wenig Holz lebten und niemals etwas im Stein gebaut hatten. Der Pharaonen-Adel kam schon mit dem Römerreich in Germanien. Sie unterjogten die Germanenvölker bis heute noch und fingen an, in Stein zu bauen, so wie daheim am Nil. Und plötzlich entstanden in ganz Europa, rund um das Jahr 1000, überall Burgen und Schlösser. Naja, also daher kommt das Wort Bulle her, wie eine blaue Privatarmee des Pharaonen-Adels und gegen das deutsche Volk. Also bedenkt, dass wenn diese Pharaonen-Bullen-Armee euch deutsch angreift am 10. Oktober 2020, dass nur die Germanen Stämme es geschafft haben, Pharaos-Römer-Armee zu besiegen. Ihr könnt es und es ist euer Recht. Berlin führt die Welt im Freiheitskampf gegen Rom.